Mein Name ist Michael Schubert und ich bin vom Team TV Love und wir sind aus Deutschland. Wir haben hier mit dem Bus und mit unserem C-Team gespielt. Wir haben bereits nur ein Spiel gespielt. Es war sehr lustig. Hier sind unsere Trainer. Das ist Trainer Nummer 1 und Trainer Nummer 2. Hier sind unsere Spieler. Wir sind der erste Torwart. Wir sind der links. Wir sind der dritte Torwart. Wir sind der dritte Torwart. Da ist unser zweiter Torwart. Hier ist der dritte Torwart. Wir sind der dritte Torwart. Wir sind der dritte Torwart. Ich bin der dritte Torwart. mit diesen beiden, ja.